Okay, läuft. Ja, das ist relativ. Sein links. Hier rechts. Da. Sollt die Kamera wieder. Spannung. Ah. Zahn. 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 Ich glaube, ich habe noch eine Habe gemacht. Jetzt den Bluff. Jasmie, du kannst jetzt nicht so spielen, die Kamera läuft. Jasmie, du kannst nicht so spielen. Ja, solange du den Bluff nicht brichst, warum sollte ich was anderes machen? Ja, das ist ja schon klar, aber das ist halt trotzdem nicht hinbekommen. Es ist ja nicht so, dass ich A brechen wollte. Das ist ja nicht so, dass ich will, oder? Ja, das ist ja nicht so, dass ich will, oder? Ja, das ist ja nicht so, dass ich will. Hey! Ach doch, dann fällt es ein Tag. Das wäre ja schlecht. Vorhin gestern haben wir voll darüber ausgelassen, da fällt eh niemand mehr drauf rein. Ja. Doch, Krono tut es. Das ist gar nicht wahr. Er weiß alles über Asta. Alles. Ja. Er ist der Asta-Master. Ja. Das ist der gesamte Faktor. Nein, er hat Check-Di-Gimini, Mann. Nein, er hat auch F-3, das weiß ich schon. Das ist sein alter Ego. Nein, nein, das bin ich. Alles klar. Ja. Wie ist der Antwort von Freddy 666? Petri. Petri. Petri 666. Genau. Ja. Ich stehe dazu. Mit richtigem Namen heißt doch Wolle und hat so viele Freundschafts-Ambäne. Ja, er heißt Wolle-Satan. Wolle-Satan. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ist es eigentlich gerade schlecht. Warte mal. Warte mal. Hm. Ich sagte Bescheid, wenn. Es sind maximal 20 Sekunden. Oh. Ich bin wie ein Counter. Okay, warte. Jetzt. Jetzt kannst du sprechen. Jetzt kannst du sprechen. Ja. Ja. Ich verstehe. Ja. Das war's für heute. Was ist das? Ah, nehm kein Crit.